Jadli, willkommen! Das ist Dänisch und heißt herzlich willkommen, das sage ich, denn wir haben heute Besuch aus Dänemark bei uns bei WerkzeugTV, nämlich Michelle Glatt steht neben mir, Verkaufsleiterin bei der Firma SupraBeam. Hallo! Frau Glatt, Sie haben uns heute was mitgebracht, mit dem wir Licht ins Dunkle bringen, nämlich Taschenlampen der Firma SupraBeam. Was haben die, was können die? Zeigen Sie uns die mal. Wir haben hier sehr gute Taschenlampen, weil wir anbieten eigentlich Taschenlampen mit LED. Also eine LED-Taschenlampen hier in Q1, eigentlich ein C-Format. Wie jeder Techniker oder eine Privatperson, das in seinem Werkzeugkoffer haben. Und es ist sehr extrem hell, groß, klein, wie Sie sehen, das ist auch fokussierbar. Und hier eine sehr schöne und gute Gleichmäßigkeit. Das ist sehr gleichmäßig, wollte ich gerade sagen. Bei anderen Taschenlampen hat man manchmal so Ringe, die hat man jetzt hier nicht. Genau, das ist total klar und eigentlich ein weißes Licht auch. Man kann hier bei der Hand fokussieren und einstellen werden, wie benötigt und wie gewünscht in die Position. Genau. Das ist nur mit zwei normalen Batterien bekommen, so eigentlich alles kann man das kaufen. Okay, das heißt man kann es als Profi einsetzen, Sie haben es gerade schon gesagt, im Werkzeugkoffer. Man kann es aber auch privat nutzen, wenn man selbst am Auto ganz gerne rumtüftelt. Was ist jetzt der Unterschied zu der Q3? Diese Taschenlampen ist eigentlich auch sehr schön, weil die Überflache ist sehr ergonomisch und handlich, weil man kann eigentlich einhändig von dem Fokus und die Lichtkeile eigentlich einstellen werden. Und das ist für sehr viele, die mit der anderen Hand irgendwo arbeiten müssen, dass die mit der einen Hand das fokussieren können. Ja, und das hat hier 280 Lumen und ist sehr, sehr schön, weil da auch kommt eine sehr hochwertige Tasche dazu. So man eigentlich hier haben und kann dann einsetzen. Okay, man sieht es schon, Sie haben es gerade gesagt, sehr hochwertig verarbeitet, eine sehr schöne Aluminiumhülle. Was ist der Unterschied zu normalen Taschenlampen? Der Vorteil mit diesen Taschenlampen ist eigentlich ein Zusammenspiel mit den LED. Also wir haben einen Powerchip, wie ich eigentlich auch hier schauen kann. Das heißt, wir haben nicht, wie bei herkömmlichen Taschenlampen, diese kleinen Glühbirnchen, die vorne drin sitzen und die ja auch oft kaputt gehen können, sondern wir haben hier fast schon Computer drin. Powerchip, ja, wie es ist sehr, sehr kraftig, zusammenspiel mit der Elektronik und eigentlich auch die Batterie einfach. Weil in der Batterie einfach sind vergoldete Kontakte und zusammenspiel mit diesen drei Batterien, die LED und so weiter, dann bekommen wir eigentlich ein sehr kraftiges Licht. Aber nicht nur kräftig, sondern auch sehr lange haltbar, denn durch den Chip und die vergoldeten Anschlüsse, da hält das Ganze auch länger. Ja, die Brenndauer ist bis 30 Uhr und das ist eigentlich, wenn wir, weil dieser hat vier Stufen, so ist eine Boost und eine Höchst, Niedrig und Strube. Mhm, okay. So das ist eigentlich, wie man das auf die Niedrigbrenndauer hat, dann ist es bis 30 Stunden dauern. Okay, jetzt haben wir es gerade schon gesagt, es ist sehr formschön, sehr schön verarbeitet. Ich will es jetzt nicht kaputt machen, aber ich muss fragen, was ist denn, wenn es mal runterfällt? Das passiert, glaube ich, bei dem Stift vor allem sehr oft, den hat man oft hier oben in der Tasche stecken. Ja, weil es ist sehr klein. Genau, wenn man rummacht, wie ist das? Kann das gleich kaputt gehen? Ja, also wir können probieren hier, nur an dem Tisch. Okay. So, das ist eigentlich kein Problem. Passiert nichts? Nein, das passiert nicht. Die LED ist eigentlich sehr fast sein. Jetzt haben wir hier drüben noch was stehen. Ich kenne es normal nur aus dem Friseursalon, wenn es dann geübt wird. Das ist wahrscheinlich ein Oberlicht, nennt man das, glaube ich. Ja, eine Kopflampe, ja. Genau, vom Joggen. Vom Joggen oder... Im Winter, im Herbst, wenn mir einer entgegenkommt, da haben es viele Leute auf. Eigentlich jährliche Montagearbeit, wie Schiffsbau, Sanitär, Tunnelbau. Überall wahrscheinlich, wo man seine beiden Hände braucht. Und beide Hände können wir eigentlich hier anbieten, mit unseren Kopflampen V3, wo man unser hier die Licht, an den Lichtkorps an- und ausschaut ist. Also ganz einfach, man kommt ganz einfach dran, man muss nicht irgendwo rumsuchen. Nein, sondern schnitt auf die Batteriepakets, aber hier im Delict, weil das ist sehr schön zu bedienen. So, hier haben wir auch mehr Funktionen. Wir haben auch immer mit Memory. Ah, okay. So, man kann eigentlich... Man kann es auch romantisch machen. Ja, auch. Das Licht dimm. Genau. Und vor allem alles einhändig zu bewegen. Also ich brauche, habe wieder eine Hand frei, ich brauche nicht beide Hände, um es anzuschalten, um es zu fokussieren. Und sie kann auch hier einstellen, wie man es will. Ja, wie man gewünscht. Okay. Also, ich würde sagen, wir haben hier Geräte, die sowohl für die Profis von Vorteil sind. Die sind extrem robust, man kann sie hier hinwerfen, die vergoldeten Kontakte, der Powerchip sehr langlebig, aber privat... Ja, alles Zusammenspiel ist maximale Effizienz. Maximale Effizienz, genau, so soll es sein. Aber auch privat, man kann es benutzen. Ich glaube, wir haben herausgestellt, wodurch die sich jetzt unterscheiden, im Gegensatz zu den normalen, wie ich es gesagt habe, Taschenlampen. Ich bedanke mich bei Ihnen, Frau Glatt, dass Sie uns das gezeigt haben, dass Sie in den langen Weg aus Dänemark angereist sind. Vielen Dank. Und vielen Dank auch an Sie fürs Zuschauen. Ich würde mich freuen, wenn wir uns bei der nächsten Ausgabe von WerkzeugTV wiedersehen. Bis dann. Dänemark angereist. Dänemark angereist. Dänemark angereist.